Hallo Freunde, ich bin krank, aber da Chilis ja bekanntlich gesund machen und fit halten, esse ich jetzt mal eine für euch. Ich habe hier eine bekommen bzw. beim Kollegen angebaut. Das ist die Hot Apple. So sieht die aus. Auf dem Bild bei Samilla sieht die wesentlich freakiger aus. Da sieht die eher so riffelt aus. Hier ist einfach ein runder, rundes Teil. Also ich schneide es mal einmal auf. Ich wurde mal darum gebeten, die Dinger ausführlicher zu reduzieren. Also den Stiel raus natürlich erst. Das kann man nicht mitschneiden. So, jetzt schneide ich das mal kurz auf. Das sieht man jetzt nicht, tut mir leid. Sieht so aus von innen. Ach ja, recht viele Kerne. Geruch erwähnt einfach eine Paprika erstmal. Und was leicht grasiges hat das, wie ich das so beschreiben kann. Ja cool, Hot Apple. Ich weiß es mal. Süß ist sie auf jeden Fall. Gleiche Schärfe. Ganz gleiche Schärfe. Alle Teile sind super so zum snacken. Wenn man mal so ein bisschen gibt es noch was zu haben. Äh, ist auch mal was für Oma oder Opi. Äh, dass sie nicht recht die Szene rausfällt. Hm. Ja, cool. Kurzsack schneller Review ist halt nicht so. Das Burner Ding. Schmacklich gut. Komm, können wir anbauen. Komm.